Guten Morgen. Schön, dass schon so viele hierher geschafft haben, zu dem ersten Talk heute. Ja, ich werde jetzt nicht viel erzählen, einfach nur viel Spaß mit Frank, mit Programmieren in Minecraft. Danke. Hallo. So, jetzt werde ich das erstmal hier wieder anhalten. Und hier raus, weil wir wollen jetzt erstmal da hin. Ja, hallo. Also klar, es geht um Programmieren in Minecraft. Ich denke, der Untertitel ist nicht ganz unwichtig, damit keine falschen Erwartungen entstehen. Ich möchte natürlich ein bisschen auf Minecraft eingehen. Ich möchte davon berichten, wie wir das in einer Grundschule gemacht haben mit dem Programmieren und nicht so viel spielen. Und das eigentliche Ziel des Vortrags natürlich, zu erklären, wie installiere ich mir das, wie komme ich da hin, dass so etwas machen kann, wie die Schildkröte da, dass ich eine Schildkröte habe, die mir da so eine Mauer baut. Ich möchte gerne fragen, wer hat denn überhaupt schon mal Minecraft gespielt? Ja, das sind fast alle. Wer hat denn schon mal in Minecraft eine Schildkröte ferngesteuert? Oh, okay, das sind einige. Schön. Gut, vielleicht ganz kurz trotzdem noch zu Minecraft. Ist ja jetzt zehn Jahre alt geworden. Was wir hier machen, ist alles Java Edition. Es gab ja nach der Übernahme von Microsoft 2014 und der Neugestaltung in C++ verwirrend viele Versionen, auch diese Pocket Edition, dann Gott sei Dank fürs Tablet endlich. Und mittlerweile hat sich das aber alles wieder ein bisschen konsolidiert. Es gibt im Prinzip die Java Edition, die Bedrock Edition. Bedrock, das ist dann auf Windows 10, das ist auf Tablets und so weiter, Konsolen auch. Java Edition und Bedrock Edition sind, soweit ich weiß, immer noch nicht miteinander kompatibel. Es gibt auch eine Minecraft Education Edition. Da will ich heute gar nicht drauf eingehen. Da gibt es auch Schildkröten, soweit ich weiß. Da gibt es auch viel mehr. Das soll dann auch helfen, alles Mögliche im Unterricht zu vermitteln. Aber hier geht es wirklich um Java Edition mit Schildkröte. In Minecraft gibt es Mods. Ich glaube, das weiß jeder, der schon mit Minecraft zu tun hatte. Also Erweiterungen für das Spiel, die auch Aussehen verändern, zusätzliche Funktionen bringen. Für die Bedrock Edition gibt es die im Store. Die gibt es aber auch einfach so im Internet. Die meisten kennen sich dann ja offenbar damit aus. Wir brauchen ein ganz bestimmtes Mod, Computer Craft IDO. Das gibt uns eine Schildkröte. Und um das Computer Craft IDO zu benutzen, brauchen wir noch etwas anderes. Das ist Forge. Man kann für die Java Edition auch selbst Mods entwickeln. Dafür muss man, ich habe das so weit noch nicht getrieben, wohl Minecraft dekompilieren und ganz abgefahrene Sachen machen. Oder man benutzt so etwas wie Forge. Das gibt mir so eine Art Framework für die Mod-Programmierung. Und das brauchen wir dann auch für das Schildkröten-Mod. Eigentlich ist Minecraft ja zum Spielen. Und jetzt hatte ich gedacht, für die, die es noch nicht kennen, weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand nicht weiß. Also eigentlich geht es ja darum zu überleben. Man hat nichts, man muss irgendwie was essen. Man braucht einen Unterschlupf, damit man vor Monstern sichern ist. Das hat aber auch alles gar nichts mit dem zu tun, was ich hier erzählen will. Hier geht es bei dem Programmieren, was wir machen, immer um kreativ und friedlich. Das kann man so einstellen. Da gibt es keine Monster, Schweine, Kaninchen und das alles gibt es natürlich weiterhin. Es gibt keine Feinde. Man hat alle Ressourcen zur Verfügung. Und man muss auch nicht essen. Und ganz wichtig, man kann fliegen. Das ist auch, wenn man sich so Sachen baut und will man die aus allen Richtungen anschauen können. Und Monster stehen beim Programmieren auch definitiv nur im Weg. Manchmal auch Kaninchen, die kann man dann vielleicht auch mal verjagen. Achso, wenn man jetzt nicht kreativ spielt, dann muss man sich auch die Schildkröte noch craften. Das ist dann auch eher ein bisschen langwierig. Und natürlich bauen. Bauen, bauen, bauen. Das kennt, glaube ich, auch jeder, der schon mit Minecraft ein bisschen zu tun hatte. Das ist eigentlich das, worum es uns geht. Um in Minecraft zu spielen, macht man sich eine Welt. Da gibt es haufenweise Vorlagen. Man kann Welten dann auch verändern. Klar, man spielt, man baut Sachen rein, man stellt Sachen hin. Und dann kann man die auch wieder einpacken und weitergeben. So haben wir dann nach ein bisschen Erfahrung auch eine Welt zum Programmieren gemacht. Da sieht man so ein Screenshot unten rechts. Eine ganz flache Welt mit wenig Ablenkung. Und in der man dann Programmieraufgaben entdecken kann. Das zeige ich später nochmal. Und ganz flach heißt, die ist wirklich ganz flach. Und die ist dann so geschichtet. Das kann man in der Java Edition bei den Welt-Einstellungen ganz schön einstellen. So eine Schicht Bedrock, dann vier Schichten Erde, damit man auch was buddeln kann. Und dann noch Gras drauf. Gut, aber das Entscheidende, was brauchen wir zum Programmieren mit Minecraft? Wir brauchen erstmal natürlich den Minecraft Launcher. Wir müssen ein Profil für Minecraft 189 erstellen. Dann brauchen wir den Forge Installer für 189. Und dann brauchen wir noch das Mod, Computer Craft Edu. Und das ist der Grund, warum wir das Minecraft 189 brauchen. Weil nur in der Kombination funktioniert das sauber. Dann kann man sich noch überlegen, will man Demo spielen oder geht das überhaupt? Da hat sich irgendwie vor kurzem was geändert im Launcher. Oder registriert man sich bei Mojang, macht sich einen kostenlosen Account und meldet sich an. Das ist also wirklich noch kostenlos an dieser Stelle. Gut. Achso, jetzt habe ich vergessen. Da oben ist so ein QR-Code. Genau, ich habe ein paar Dokumente auf TripPad, wo ich mittlerweile in drei verschiedenen Dokumenten beschreibe, wie kommen wir an die Dateien ran, die man braucht. Dann auf der nächsten Folie der Link zu der Installationsanleitung. Und dann gibt es noch ein Dokument, was ein bisschen Aufgaben macht oder sowas. Da kann ich auch später noch was zu sagen. Gut. Also zur Installation. Im Launcher ein Profil für 1.89 erstellen. Da oben rechts, da sind so drei Striche. Da kann man ein Menü aufmachen. Geht auf Profile. Und erstellt ein Profil für Minecraft 1.8.9. Also nicht letzte Version oder sowas, das ist ganz wichtig. An der Stelle geht schon viel schief. 1.8.9 als Profil auswählen. Ein Profil erstellen mit der Release 1.8.9. Dann das Ganze einmal starten. Und sobald der Bildschirm kommt, der Spielbildschirm gleich wieder beenden. Jetzt sind nämlich alle Dateien für 1.8.9 da. Dann den Forge-Installer ausführen. Das ist ganz unproblematisch, wenn man Java installiert hat. Wenn man nicht Java installiert hat, ist das vielleicht noch eine kleine Hürde. Ist aber auch eigentlich nicht so schwer. Es gibt viele Leute, die sich damit auskennen. Ich schätze mal hier fast jeder. Dann ist entscheidend, dass man weiß, wo das Minecraft-Verzeichnis ist. Der Forge-Installer findet das in der Regel auf verschiedenen Systemen. Also auf Mac, auf Windows, auf Linux. Und sagt dann auch hier, da würde ich jetzt das Minecraft installieren. Das ist natürlich dann ein guter Zeitpunkt, um sich da den Pfad zu kopieren. Damit man hinterher weiß, wo das Verzeichnis ist. Denn wenn man den Forge-Installer ausgeführt hat, noch einmal starten. Jetzt wird das Minecraft mit Forge gestartet. Achso, man hat ein anderes Profil. Das sieht man unten vielleicht ganz schlecht, habe ich noch einmal unterstrichen. Nach dem Forge-Installer gibt es ein Profil 1.8.9 Forge. Das einmal durchstarten, auch gleich wieder beenden. Und dann muss die JAR-Datei, also das Mod für Computercraft-IDO, in das Unterverzeichnis Mods. Und da gibt es immer ganz große Probleme. Weil das Unterverzeichnis Mods, das ist im Minecraft-Verzeichnis. Und das ist nicht so einfach zu finden, habe ich gelernt. Am einfachsten ist es, wenn ich, wie gesagt, beim Forge-Installer mir das gleich rauskopiere. Es gibt aber auch überall im Netz, wenn man googelt oder bei anderen Suchmaschinen natürlich sucht, nach Minecraft-Verzeichnis, Windows oder Mac oder Linux, kriegt man eigentlich sehr schnell Informationen. Ich sollte noch erwähnen, der Launcher für Linux, der sieht ganz anders aus, hat dafür aber auch relativ gut beschriftete Buttons. Also da findet man Profil erstellen auch ganz einfach. Ich wäre dankbar, wenn ich so eine 10-Minuten-Warnung kriege, weil meine Uhr... Ah, jetzt ist sie wieder da. Okay, danke. Genau, Computercraft-IDO ist drin, da gibt es eine Anleitung. So, wenn alles geklappt hat, dann wieder starten natürlich. Jetzt kann man unten links, das ist rot eingekringelt, dann sehen, dass einerseits Minecraft 1.8.9 läuft, dass Forge läuft und dass fünf Mods geladen sind und fünf Mods aktiv. Also das ist jetzt so das Signal, alles gut. Jetzt können wir tatsächlich anfangen mit Computercraft-IDO, also mit der Schildkröte. Durch das Computercraft-IDO kriege ich, oder Computercraft kriege ich zwei neue Inventarseiten. Die linke habe ich nur mal, hier zeige ich nur mal, damit man weiß, ja, die gibt es, da sind Computer und Diskette und sowas alles drin, das interessiert uns nicht. Was uns interessiert, sind in der rechten Seite die beiden Schildkröten und die Fernbedienung. Und von den Schildkröten auch wiederum die rechte, das ist die Beginners-Mining-Türtel. Und das ist das, womit man wirklich eigentlich ziemlich lange alles Mögliche machen kann. Gut, das ist dann unsere Schildkröte, die haben wir gerade schon kurz gesehen vor dem Vortrag. Um loszulegen, muss ich mir dann eine Beginners-Mining-Türtel in meine Inventarleiste legen. Ich muss die Fernbedienung, die Remote, da unten reinlegen. Das Besondere ist, dass die Fernbedienung nur einmal geholt werden muss, die liegt einmal da unten drin. Dann platziere ich meine Schildkröte, dann gehe ich auf die Fernbedienung und benutze die Fernbedienung mit der Schildkröte. Also ein Rechtsklick und dann wandert die Fernbedienung rechts unten in den Bildschirm. Das sieht man, das ist jetzt leider verdeckt, aber wir sehen das gleich nochmal live unter diesen Schaltflächen. Die Fernbedienung kann ich dann mit jeder neuen Schildkröte, die ich aufbaue, benutzen. Die brauche ich also nur einmal holen. Und die Fernbedienung, wenn ich die aufmache, dann sehe ich erstmal dieses hier. Das ist jetzt tatsächlich eine Fernbedienung, da kann ich die Schildkröte vor- und zurückgehen lassen. Das sind die grünen Pfeile drehen, die grünen Kreisfeile. Und die gelben Pfeile sind für hoch und runter. Und ganz besonders toll, da unten rechts, der Block. Damit kann ich etwas platzieren. Dafür braucht die Schildkröte natürlich auch Inventar. Das ist dann das zweite Tab. Dann kann ich die Schildkröte noch verändern. Wenn man das mit Kindern in der Gruppe macht, ist das ganz wichtig. Da kommen auch ganz tolle Sachen bei raus. Und dann gibt es noch, ganz oben da, wo so ein angedeuteter Computerbildschirm ist, noch eine Programmierfläche. Und die sieht dann so aus. Gucken wir uns auch gleich nochmal live an. Da finden wir oben rechts auch wieder diese Schaltflächen wieder. Da ist jetzt noch eine ganze Menge mehr. Und die kann ich jetzt von dort nach links in dieses Raster ziehen und mir dadurch Programme aufbauen. Gut. Das erste Programm, das ist ja das, wo wir eigentlich hinwollen. Da bietet sich die Treppe an. Denn Schildkröten, die können tatsächlich in die Luft bauen. Was jeder weiß, der Minecraft spielt, ist, das geht so nicht einfach. Man muss, wenn man eine Plattform in der Luft haben will, muss man erstmal ein paar Steine aufeinander bauen, dann oben da drumherum bauen und dann unten wieder abtragen. Und wenn ich so eine Treppe haben will, dann müsste ich unter jeder Stufe noch einen Block haben, um die Stufe eben draufsetzen zu können. Die kann ich dann alle wieder abbauen, dass das so aussieht wie hier. Aber ich kann sie nicht direkt in die Luft setzen. Die Schildkröte kann das. Das ist schon mal ganz toll. Dann ist es ein wirklich einfacher Algorithmus. Und was dann natürlich wichtig ist, sich anzuschauen, ist, wie ist es mit Fehlern. Das erste ist natürlich, man vergisst Inventar zu geben. Die Schildkröte braucht ja Blöcke, sonst kann sie nichts bauen. Dann geht die Fernbedienung in einen Fehler. Das ist dann schon der erste Lerneffekt. Und dann kann man das Programm noch steuern. Man kann das Programm anhalten. Man kann Schritt für Schritt ausführen, dass man auch genau sieht, was passiert da eigentlich. Was macht die Schildkröte genau? Was wichtig ist, wenn hinterher Sachen bei rauskommen, die man so nicht erwartet hat. Das kennt auch jeder, der programmiert. Das ist nicht nur bei Schildkröten so. Genau, und der Algorithmus ist auch sehr einfach. Ich habe ihn unten nochmal dargestellt. Mit dieser Treppe hat man also schon eine Schleife, eine Wiederhole-Schleife. Man hat sowas wie Klammern, das Do und das End und Platzieren hoch und vor. Das sind die drei tatsächlich auch wichtigsten Befehle. So, und jetzt will ich sehen, dass ich mal die Treppe auch zeige. Zurück ins Spiel. Hier war die Mauer. Jetzt muss ich die Schildkröte... Wo habe ich die für die Treppe? Ah, da hinten. Genau. Alles ganz toll vorbereitet. Muss man nur wiederfinden. So, da steht schon eine Schildkröte. Jetzt klicke ich die... Ach so, genau. Unten rechts sieht man, meine Fernbedienung ist schon aktiv. Die brauche ich also nicht mehr holen. Die war schon mal verbunden. Jetzt muss ich nur Rechtsklick auf die Schildkröte machen und dann kann ich die hier fernsteuern. Natürlich habe ich das Programm schon geschrieben. Ja, hier habe ich das Programm Treppe. Hier oben sind die ganzen Befehle. Das sind dann doch relativ viele, die man sich im Laufe der Zeit erarbeiten muss. Was vielleicht ganz interessant ist, dieser Setze einen Blockbefehl, den gibt es dann in verschiedenen Ausprägungen. Man kann nämlich nicht nur nach vorne, sondern auch nach oben und nach unten setzen. Wir brauchen aber einfach nur das nach vorne. Die Schildkröte hat Inventar. Das linke hier, das ist mein Inventar. Da kann ich also Sachen reinpacken, um die dann zu übertragen. Die Schildkröte hat hier schon ein paar Sachen. Aktiv ist gerade der erste Slot. Das sieht man, weil der so umrandet ist. Jetzt wollen wir auch mal sehen, dass die was macht. Jetzt auch nicht so spannend, aber sie kann in die Luft bauen. Das würde sie jetzt eine ganze Weile machen. Jetzt drücke ich 0, um wieder in die Fernbedienung zu kommen und stoppe das Programm. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit mit dem Step Through oder auch das zurückzuspulen. Wenn ich jetzt hier eine haufenweise Blöcke in die Welt gesetzt habe und das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann will ich die ja wieder loswerden. Also kann ich das einfach alles ganz schnell wieder rückgängig machen. Ich will meine Schildkröte wieder sehen. Und jetzt kann ich mal hier die Blöcke rausnehmen. Wenn ich jetzt das ausführe, gehe ich gleich in den Fehler. Der ist natürlich auf Englisch klar. No items to place. Das kriegt man aber eigentlich dann immer noch irgendwie hin mit ein bisschen Erklärung. Und man erkennt das ja auch wieder. So, dann muss ich stoppen und kann wieder anfangen. Und ich zeige auch noch mal kurz, wie das mit dem Step by Step ist. Das nehme ich dann schon auch ganz schön gesetzt. Geht hoch, geht vor und so weiter. Dann hatte ich eigentlich gedacht, vielleicht können wir uns mal zusammen überlegen, wie könnte man jetzt einen Turm bauen mit zweimal zwei Blöcken. Vielleicht können wir nur mal kurz überlegen. Dann kann ich am Schluss noch ein paar Programme zeigen, die ich vorbereitet habe. Von Hour of Code gibt es so einen Bastelbogen. Ich habe jetzt leider vergessen, mir eine Schildkröte zu bauen, rechtzeitig. Aber jetzt kann man natürlich so eine Schildkröte auch ganz hübsch in die Hand nehmen und sich mal überlegen, was muss die eigentlich machen, wenn die jetzt einen Turm bauen soll mit zweimal zwei Blöcken. Denn jemand eine Idee, wie man da vorangehen könnte? Ja? Oder wie einfach vier Schildkröten nehmen. Oh. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Nicht jetzt bei dem Turm, aber bei anderen Sachen. Das ist halt, das funktioniert natürlich. Das muss aber viel Aufwand. Man muss die koordinieren. Ich würde jetzt trotzdem mal fragen, hat jemand eine Idee, wie man das mit einer Schildkröte machen kann? Ja? Da haben wir jetzt schon eine Schleife. Wir bauen ein Viereck und dann machen wir das nochmal. Also Viereck und hoch und dann gleich nochmal. Dann können wir nämlich ein Repeat nehmen. Wenn wir das zehnmal wiederholen, haben wir schon einen Turm, der ist zehn hoch. Super. Ja? Habe ich nicht verstanden? Ich wollte gerade das selten. Ah ja. Aber vielleicht hast du noch eine Idee oder wer anders. Wie machen wir denn das Quadrat? Jetzt haben wir, okay, Quadrat, das ist schon eine super Idee, aber wie genau machen wir das? Ja? Vielleicht mit dem Schildkröte. Ja, genau, das wäre dann, dass die Schildkröte baut und dann, naja, dann dreht sie sich und baut da noch einen hin. Ne, jetzt brauche ich meine Papierschildkröte, damit man sich das angucken kann. Da hast du noch eine Idee? Die kann ja so weiter fliegen und dann ein Viereck bauen und dann höher fliegen. Also ein bisschen höher fliegen, dann ein Viereck bauen und dann wieder ein Viereck bauen, ein bisschen höher fliegen und dann wieder ein Viereck bauen und dann immer so weiter. Genau, das machen wir mit einer Schleife, das ist eine super Idee. Jetzt hattest du die Idee, die baut und dann dreht sie sich, damit sie ja irgendwie vielleicht im Kreis gehen kann oder so. Ja, genau. Und dann ist natürlich ganz toll, das ist jetzt natürlich schon der erste Gedanke, wie mache ich das? Mit dem Bauen nach vorne ist es ziemlich umständlich. Jetzt kann man sich überlegen, man kann die Schildkröte rückwärts gehen lassen. Man kann sagen, baue hier mal hin, dann drehst du dich und gehst einen Schritt zurück und dann baust du da, dann drehst du dich nochmal und gehst einen Schritt zurück, baust da. Na, jetzt schon blöd, weil da ist ja ein Block im Weg. Aber man kann ja auch nach unten bauen. Ja, und da kriegt man nämlich das Quadrat ganz schön hin. Also man baut nach unten und jetzt macht man wahrscheinlich genau, was du dir überlegt hast. Man geht nach vorne, baut nach unten, dreht nach vorne, baut nach unten, dreht und so weiter, bis man einmal rum ist. Aber das Entscheidende, warum ich das jetzt machen wollte, ist, ich bin immer wieder begeistert, was für tolle Algorithmen, muss man ja nicht so nennen, man sich überlegen kann. Ja, und es gibt so viele Ideen und wie kriege ich denn so ein Quadrat hin und so viele Ideen, wie komme ich jetzt weiter nach oben? Ja, und jetzt mal gucken. Genau, und das haben wir natürlich auch im Unterricht gemacht. Ich habe das mit zwölf Grundschülern gemacht. Wir hatten acht mal 90 Minuten, das ist natürlich schon ganz toll. Das ist viel Zeit. Man kann durchaus das auch einführen mit einmal 90 Minuten. Die haben in der Regel zu zweit an einem Notebook gesessen. Und wir haben am Anfang der Stunde eigentlich immer das gemacht, was wir jetzt gerade angefangen haben. So überlegen, okay, was muss denn die Schildkröte machen, damit wir das kriegen, was wir haben wollen. Also wir haben gemeinsam überlegt, einer schreibt das mal auf, damit man das auch ausprobieren kann. Das war natürlich dann meistens ich, weil ich vorne einen großen Bildschirm hatte. Und dann in der Folge haben wir auch einfach mal abgeschrieben. Einfach mal Programme abschreiben. Ich glaube, jeder, der programmiert, weiß, dass das auch sehr hilfreich sein kann. Man muss natürlich die Befehle alle kennenlernen. Wir haben dann im Laufe der weiteren Stunden auch viel mehr freie Aufgaben gemacht, dass man sich einfach überlegen kann, was mache ich jetzt, was probiere ich mal aus. Und dann war es natürlich auch wichtig, wir haben angefangen mit einer ganz normalen Welt, mit Hügeln, Bäumen und dem ganzen Kram. Und das ist doch sehr ablenkend. Ich glaube, jeder, der Minecraft gespielt hat, kennt das. Da ist was und da ist was. Gehe ich mal hier gucken, baue ich mal da was ab. In dem Moment, wo wir eine flache Welt hatten, wo schon Aufgaben drin waren, die man entdecken konnte, hat das viel, viel besser geklappt und hat, glaube ich, auch noch mehr Spaß gemacht. Man muss halt ein bisschen gucken, dass man irgendwie eine Grenze zwischen Programmieren und Spielen zieht. Das ist nicht immer ganz einfach. Ja, genau, muss man sich halt überlegen. Kurz erwähnt, man kann das natürlich auch mit einem Server machen. Also wir haben auch einen Server aufgesetzt, der auch die Module alle hat. Es muss natürlich Client und Server identisch sein, damit das funktioniert. Das haben wir jetzt in der Schule nicht gemacht, weil das Schulnetz einfach zu schlecht war. Gut, und jetzt habe ich noch, naja, haben wir noch ein paar Minuten. Ich wollte mal Programme zeigen. Hier habe ich schon mal so Screenshots. Ich versuche dann auch immer Quelltexte zu veröffentlichen. Damit mache ich dann über so Fotos, über so Bilder. Teilweise dann auch tatsächlich als Fotos zum Hergeben. Die Mauer haben wir am Anfang gesehen. Dann sieht man im Hintergrund so ein paar Aufgaben. Da gibt es das Folge-Lapis-Lazuli, das ist diese blaue Linie. Labyrinth natürlich, klar. Und wir haben auch ein Planiere-Programm. Das ist jetzt auf der flachen Welt nicht so interessant, aber wenn man wirklich Wälder hat, dann muss man einfach mal einen Platz freikriegen. Da braucht man eine Schildkröte, die da einmal so durchzieht und alles weg macht. Sollen wir uns das Mauer-Programm genauer angucken oder das Lapis-Lazuli? Mal Handzeichen für Mauer. Für Lapis-Lazuli. Das sind definitiv mehr. Dann versuche ich da mal reinzugehen. Ach so, erst mal raus hier. So, dann wieder ins Minecraft. Weg. So, und jetzt muss ich halt, muss ich die Programmieraufgabe wiederfinden. Die ist, glaube ich, ups, die ist da hinter diesen Mauern irgendwo. Genau. Ja, das ist diese Welt, die wir dann gemacht haben. Da gibt es dann hier so eine Willkommensmauer. Ja, da steht, geh doch irgendwo hin und mach was. Und hier ist dann auch nochmal erklärt, was hat das denn mit dem Lapis-Lazuli-Aufsicht. Man muss natürlich jetzt, um der Linie zu folgen, irgendwie nach unten vergleichen. Und dann, naja, genau. Die Idee ist, oder die Grundidee ist, glaube ich, klar. Ja, jetzt ist aber noch wichtig, diese Schildkröte habe ich natürlich schon vorbereitet, dass ich irgendwas habe, wie ich rauskriege, was ist das unter mir oder ist das, was ich haben will. Und hier gibt es ein Lapis-Lazuli im Inventar. Und wenn wir in das Programm gucken, dann als allererstes selektiere ich Slot 16. So, das heißt, die Schildkröte, die ist jetzt auf diesem Lapis-Lazuli im Inventar. Die soll ja nichts bauen, aber wenn sie irgendwas bauen würde, dann würde sie da schaffen. Eine Wiederhole-Schleife mit der 58, das jetzt einfach mal so. Genau. Wer weiß denn, was in dieser Zeile steht, vielleicht von den kleineren Programmierern? Eine sogenannte Bedingung. Da steht if, jetzt muss man auch immer ein bisschen Englisch kennen, aber das bisschen, was man braucht, das lernt man schnell. Da steht also wenn, und jetzt guck mal nach unten, ja, mit einer Lupe, guck nach unten, da das Gleiche ist, wie, und jetzt wieder mit einer Lupe, guck mal in den Slot, und das ist der Slot 16, das habe ich hier oben geschrieben, wenn da das Gleiche ist, dann gehst du einfach mal einen Schritt nach vorne. Wenn da nicht das Gleiche ist, ja, was müssen wir jetzt machen? Jetzt sind wir ja von der Spur runtergekommen. Sag mal. Dreh dich um und fahr zurück. Dreh dich um und fahr zurück. Genau. Was habe ich hier gemacht, in dieser Zeile? Ich habe nicht gesagt, dreh dich um und fahr zurück. Ja? Geh nach hinten, dreh dich um und fahr nach vorne. Genau. Ich bin einfach zurückgegangen, einen Schritt. Ich habe mir das Umdrehen gespart, ich habe ja einen Rückwärtsbefehl. Und das Drehen nach rechts und vorgehen, das ist natürlich der Versuch, jetzt auf dem Lapislazuli zu bleiben. Ich bin gerade ausgegangen, jetzt bin ich runtergegangen, jetzt gehe ich zurück und dann muss ich ja nach rechts, weil bestimmt geht es da weiter. Und weil ich aber nicht so sicher bin, gucke ich jetzt gleich nochmal, was ist denn unter mir und ist es das Gleiche wie in dem Slot? Und jetzt aber, wenn es nicht das Gleiche ist, sage ich jetzt, aha, gut, also jetzt bin ich zurückgegangen nach rechts und da ist aber wieder nichts das Richtige. Was muss ich jetzt machen? Ich muss wieder zurück. Jetzt muss ich aber nicht einmal drehen, sondern jetzt muss ich zweimal drehen. Das heißt, erst bin ich gerade ausgegangen, dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich mal rechts. Das auch nicht, dann gehe ich vielleicht nach links. Das ist sozusagen die ganze Idee von diesem Programm. Jetzt gucken wir doch mal, ob das funktioniert. Dafür positioniere ich mich jetzt noch ein bisschen geschickter. Dann wieder in die Fernbedienung und los. Okay, da rechts, das war schon mal ziemlich einfach. Jetzt probiert sie wieder aus. Ja, also es ist nicht so eine schlaue Schildkröte. Die geht einfach immer weiter und probiert immer erst mal rechts und wenn das nicht klappt, dann muss sie halt immer hin und immer zurück und so weiter. Gibt es dazu Fragen gerade zu diesem Programm zum Beispiel? Das Schöne ist natürlich jetzt mit diesem Vergleich, wie kriege ich raus, auf was für einem Block ich bin und dann ein einfacher Algorithmus, der die Schildkröte da rumführt. Und so, ich glaube, das ist dann auch, ja, oh, Entschuldigung, da war noch eine. Also man könnte das doch auch so machen, dass die einfach, also die guckt auf den nächsten Block, ob das Lapislazuli ist und dann, wenn es ist, fährt sie drauf und wenn es nicht ist, guckt sie, wo der nächste ist. Ja, das ist eine gute Idee. Die Schildkröte kann aber leider nicht, was diese Mindstorm-Roboter zum Beispiel können. Die können nämlich da vor sich gucken, was ist da und wenn ich das mit der Schildkröte machen will, dann muss ich da hingehen. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich gucke erst mal, was da ist, dann muss ich auch die Schildkröte einen Schritt machen lassen, gucken, was unten drunter ist. Das ist ein bisschen schade, aber also die Idee ist natürlich gut, geht leider mit der Schildkröte nicht. Was ich noch zeigen will, das schreibe ich jetzt noch ganz schnell, weil das irgendwie auch ganz nett ist. Man kann auch in Schildkrötenperspektive wechseln, hier mit dieser Kamera in der Mitte und dann sieht das Ganze so aus. Das ist auch ganz schick. Gut, aber jetzt gehen wir mal da wieder raus und nutzen die letzten zwei Minuten. Na, der will irgendwie mal nicht. So, da bin ich nämlich eigentlich schon am Ende. Wir sind jetzt hier auch noch im Hackcenter und da können wir uns auch noch Programme angucken, die wir schon haben. Da können wir auch gerne ein bisschen fachsimpeln und wir würden auch, wenn es nötig ist, helfen bei Installationen. Wenn jemand diese Anleitungen ausprobiert, ja, ich vielleicht, bevor ich die Slides veröffentliche, mache ich vielleicht auch noch mal einen Link auf die Anleitung zu, wie programmiere ich eigentlich, rein, wer die ausprobiert und wenn da irgendwas blöd ist oder kann ja sein, dass man was nicht verstanden hat, kann ja auch sein, dass wir einfach Mist gebaut haben beim Beschreiben, schreibt uns, am einfachsten über Twitter, ja, das bin ich, auf Instagram bin ich ganz seit kurzem und versuche Quelltexte zu veröffentlichen, also da kann man auch Programme finden, die wir gemacht haben. Ja, und gerne würden wir mithilfe von anderen die Anleitungen verbessern und auch noch eine größere Sammlung an Programmen und Programmierideen aufbauen. Vielen Dank. Applaus Ja, gibt es da noch Fragen dazu? Ja. Kann man die Schildkröte schneller laufen lassen oder ist das immer die eine Geschwindigkeit? Das ist immer die eine Geschwindigkeit. Das erfordert auch manchmal ein bisschen Geduld, aber wir hatten vorhin schon so eine Idee mit mehreren Schildkröten. Am Anfang hatte ich eine, eine Folie, wir gucken, ob ich die jetzt gerade noch mal zeigen kann, im Hintergrund sah man, wie vier Schildkröten an einem riesigen Block bauen. Das ist natürlich auch ein großer Spaß, wenn man versucht, die tatsächlich zu koordinieren, um schneller voranzukommen oder eine macht, schafft Platz für die, die hinterher was aufbaut und so. Genau, das skaliert dann tatsächlich mit Schildkröten, also wenn man jetzt zum Beispiel beim Planieren, das war die Aussage dann irgendwie doch viel Platz schaffen will, das skaliert gut mit Schildkröten, da stellt man einfach ein paar nebeneinander her, die alle so ihre Bahn haben. Gibt es die Möglichkeit, das Ganze auch so ein bisschen mit der Syntax von Java zu kombinieren, also dass man das in Java programmieren kann und dann spielerisch sehen kann, was passiert? Es gibt etwas, das habe ich total vergessen tatsächlich, schön, dass du fragst, hier muss ich jetzt mal kurz anhalten. Wir haben hier diese Programmierfläche, das sind die Blöcke und unten rechts gibt es noch eine Schaltfläche Editor. Da finde ich sowas, das ist Lua. Ich glaube nicht so, wie die Frage war, also erstmal was vorbereiten und dann in das Spiel laden, das wird schwierig, aber hier kriegt man halt den Übergang von den Blöcken zu tatsächlich Programmieren und da habe ich mich jetzt noch nicht groß reingearbeitet, man kann aber mit diesen anderen Schildkröten, die in diesem ersten Tab waren, da gibt es welche, die haben wirklich nur so einen Code Editor, kann man dann ganz interessante Sachen machen und man kann die Programme auch in dem Minecraft Verzeichnis finden. Man kann also, wenn man sich so weit reinarbeitet, irgendwo in der Welt beim User tatsächlich alle Programme finden, die Syntax ist aber sehr merkwürdig. Also da kann man was schreiben, was man dann in die Welt reinlädt, aber ich glaube, also zum Lernen macht das wenig Sinn. Beantwortet das ungefähr die Frage? Ja. Also was tatsächlich aussteht, ich habe die Aufgabe, mich darum zu kümmern, wie schreibe ich mein eigenes Mod in Java. Also wir machen weiter und versuchen sozusagen aus dem Minecraft raus, den Schritt zu machen, um dann mit Java was zu machen, um dann tatsächlich Texturen zu verändern, eigene Figuren zu machen und so. Das ist aber schon noch ein bisschen mehr Aufwand. Da gibt es etwas, das heißt Learn to Mod, das habe ich jetzt lange ausprobiert, es ist aber leider viel zu veraltet. Das schafft auch so ein bisschen den Übergang zwischen grafischer Programmierung und dann Mods programmieren in Java, aber kann ich leider nicht empfehlen. Gut, noch weitere Fragen? Dann vielen Dank, dass ihr alle da wart. Vielen Dank Frank und nochmal einen Applaus für Frank. Dankeschön. Applaus